Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Rechtstipp, der sich speziell an junge Unternehmen nach der Gründung richtet. Mein Kollege Simon Hersonski und ich, Eva Schönmetzler, wir sind Teil des Teams des Beratungszentrums Recht und Betriebswirtschaft der IHK Schwaben und wir zeigen Ihnen auf, wie wir Sie dabei unterstützen können, damit Sie optimal aus dem Startblock kommen und die nächsten Runden souverän meistern können. Nutzen Sie unser kostfreies Beratungsangebot, zum Beispiel Thema AGB. Eva, wie ist es? Braucht jedes Unternehmen AGB? Ganz klare Antwort, nein. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nicht absolute Pflicht. Klar ist es oft sinnvoll, dass allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet werden, aber es gibt auch Fälle, wo man sagt, nee, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Aus diesem Grund können Sie sich sehr gerne an uns wenden, wenn es um das Thema Verwendung von allgemeinen Geschäftsbedingungen geht. Wo macht es Sinn und wo macht es vielleicht weniger Sinn? Simon, wie sieht es denn aus beim Thema Rechnungsstellung? Kann man denn was falsch machen, wenn man einem Kunden eine Rechnung schreibt? Leider ja, sicher. Bei Rechnungsstellung gibt es Rechten und Pflichten, die erfüllt werden müssen und beachtet werden müssen. Hier kommen Sie bei Fragen gerne auf uns zu. Eva, wie ist es dann bei dem Thema bei neu gegründeten Unternehmen? Müssen die auch Datenschutz beachten? Natürlich. Also es sind im Endeffekt ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Unternehmen gegründet ist, gelten die gleichen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen wie für ein Unternehmen, das seit zehn Jahren existiert. Klar, es sind oftmals so Sachen, wo vielleicht nicht immer hundertprozentig passen am Anfang, aber im Laufe der Jahre wird sich das entwickeln und die absoluten Must-Haves müssen im Endeffekt erfüllt sein. Gerne können Sie, wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, auf uns zukommen und wir zeigen Ihnen gerne auf, was die absoluten Must-Haves in puncto Datenschutz sind. Ich glaube, auch beim Thema Arbeitsrecht haben wir jede Menge Unterstützungsleistungen. Wir unterstützen vollumfänglich im Arbeitsrecht wie Mitarbeitereinstellung, Urlaubsansprüche oder sämtliche sonstige Themen aus dem Arbeitsrecht. Und last but not least finden Sie auf unserer Website eine Vielzahl von Musterverträgen, angefangen beim Arbeitsvertrag bis hin zum Gewerbemietvertrag. Klicken Sie einfach rein. Im Beratungszentrum Recht und Betriebswirtschaft unterstützen wir Sie rechtlich wie auch betriebswirtschaftlich vielen Themen. Kommen Sie auf uns zu per E-Mail, per Telefon oder persönlich an unseren Standorten Augsburg, Memmingen oder Neu-Ulm. Das war unser besonderer Rechtstipp an Sie.